Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Shadys Q&A Folge. Heute werde ich die Fragen von zwei Wochen beantworten, weil ich letzte Woche die nicht beantworten konnte, da kam ein neuer PC und da war ganz umgebaut und ach, das war relativ hackt die Woche, kann man wieder runterladen. Ich merke mal, die meistens kennen, neuer PC ist immer viel Arbeit. Deswegen, also wir haben die Fragen von genau einer Woche und wir gehen die mal durch. Ich glaube, eins hat unglaublich doppelt gestellt. Wir starten mal mit Patricia Snickers HD. Wird es zukünftig auch PC-Server geben oder bleibt hier ein reiner PS4-Cluster? Ja, also Patrizio, du warst ja damals bei uns, wenn ich mich richtig erinnere, ja mit, ich glaube, Leiche war das, glaube ich, auf dem Server gewesen, auf dem PS4. Mittlerweile ist es so, also meine PS4-Server existieren zwar noch, sind aber nicht mehr mir. Ich habe die abgegeben gehabt an Viper, falls du die noch kennst, der managt das Ganze jetzt noch weiter. Also die Server existieren weiter, werden noch weiter existieren. Es gibt es ja im November seit vier Jahren, gibt es die Server jetzt. Also hier wird es weiterhin geben, aber ich spiele da nicht mehr drauf. Ich bin vom PS4 weggegangen. Konsolenmäßig bin ich auf die Xbox gewechselt. Da spiele ich auf den Definity-Servern, weil alle, die auf Xbox spielen, einen Server suchen. Link ist in der Beschreibung. Und PC-Server wird es jetzt auch geben. Ich packe dir mal zwei rein, wo ich drauf spiele. Also einmal Battle of Gods und einmal auf den Server von Krompai. Da einfach in die Beschreibung schauen. Ich verlinke dir einfach beide Discords, kann es dir mal anschauen. Auf denen spiele ich zurzeit, wenn ich auf dem PC spiele. So, Noku, hast du einen eigenen Arc-Server oder hast du einen am Planung? Ja, genau das habe ich ja gerade erklärt. Ich habe im Prinzip selber keine mehr, weil es einfach zeitlich gesehen sehr, sehr, sehr viel Arbeit ist. Ich habe teilweise Nachts Sachen machen müssen, Event-Vorbereitungen, da Gaming-Schreiben. Es ist super, super viel Arbeit. Deswegen bin ich mittlerweile eher, dass ich mich auf andere verteilt habe, wo ich drauf spiele. Und dadurch mich mehr auf YouTube und mehr auf Projekte kümmern, mich konzentrieren kann. Bei einigen Server ist es auch so, dass zum Beispiel bei Battle of Gods auch ein bisschen ich versuche, mit auch, sagen wir mal, ein paar Ratschläge mit reinzugeben. Also, es ist nicht so, dass ich überall nur Spieler bin, sondern ich habe auch schon, ja, ich will nicht sagen, Admin ist zu hoch, aber ihr wisst, was ich meine. Ich versuche so ein bisschen mitzuwirken, wo man es kann. Minecraft Pro 868. Was ist dein größter Wunsch im Leben? Und die zweite Frage, wie alt bist du? Also, ich tue mal die erste Frage ein bisschen splitten. Also, wir kommen mal zur zweiten Frage erst. Ich bin 28, werde in 15 Tagen 29, am 28.9, nicht mehr so lang. Mein größter Wunsch im Leben, ich teile es mal auf zwei Teile, aber ich mache mal auf YouTube und aufs Leben bezogen. Also, YouTube, mein größter Traum ist irgendwann, und ich glaube, das wird vielleicht nie passieren, ich weiß es nicht. Ich hätte gerne diesen silbernen Button, den man will, guck mal, 100.000 Abonnenten. So, aber ich glaube, bei diesem Tag wäre ich einfach glücklich. Ohne Mist, das wäre so, das wäre so ein Moment, wo ich, glaube ich, einfach abgeschlossen habe mit allem, was ich, und dann, dann bin ich glücklich. Im Leben bin ich ganz ehrlich, ähm, verheiratet, Kinder, eigenes Haus, so, das ist so der Wunsch, wo sie es hin orientiert. Frau ist zwar schon da, eigenes Haus noch nicht, Kinder auch noch nicht, aber wer weiß, Zukunft bringt ja noch ein bisschen was mit sich. Geronimo Play Z fragt, ähm, wo ist der Destiny Discord-Link? Ich will mit euch Raids laufen, farmen, abstauben, Spaß, und ganz wichtig, komme ich jetzt ins Fernsehen. Nein, du kommst auf YouTube, Geronimo, aber nicht ins Fernsehen, Leute, außer du guckst über den Fernsehen, dann ist noch was anderes. Ähm, einen Link kann ich dir gerne reinpacken, auch da ist es so, ich habe keinen eigenen Destiny-Clan, ähm, auch da spiele ich über die Definities, ähm, mit den Definity-Clan, aber auch dazu der Link in der Beschreibung. Ich schreibe da einfach dann Ark slash Destiny mit rein, weil das ein Discord ist, ihr müsst dann im Discord einfach nur auswählen, ob ihr Ark oder Destiny spielen wollt. Ähm, Kolkenmeier fragt, was ist deine Lieblings-Ark-Map? Und ich glaube, ich bekomme die Frage relativ oft gestellt und ich denke mal irgendwie, beantwortet jedes Mal andersher, glaube ich. Das ist immer so situationsbedingt, also, viele Faktoren da sprechen da mit rein. Also, ich meine, klar, Ragnarok wird die meiste Game-Time haben, der Island hat's angefangen, immer so ein bisschen der Nostalgie vielleicht, so, der Island zurück, gerade für die coolen Aktionen damals auf Office-Servern. Vom Inhaltmäßigen her finde ich Genesis 1 geil, dieses Nicht-Fliegen-Können ist relativ schwer, man hat Missionen auf der Karte, keine Langeweile als PvE-Spieler. Ähm, optisch gesehen ist Crystal zum Beispiel wunderschön, hab ich aber nie so richtig gespielt, weil da schon so langsam anfing, dass die Luft raus in Ark ist. Ähm, es ist schwer zu sagen, was meine Lieblings-Karte ist. Also, vom spielerischen Inhalt her würde ich sagen, ist es, ähm, Genesis 1, ja, die meisten werden mich hassen, die mögen die Karte nicht, aber ich mag's vom spielerischen Aspekt, außer dieses Teleportieren fand ich doof, aber der Rest fand ich geil. Auch die Optik war sehr, sehr schön, Vulkangebiet war mal ein richtiges Vulkangebiet. Ähm, mein Lieblings-Nap, wo ich drauf gespielt hab, würde ich sagen, ist dann doch Ragnarok irgendwo, da hab ich die meiste Spielzeit auf jeden Fall verbracht. Ähm, Ferdow fragt, magst du Chips? Ja, aber mittlerweile nicht mehr, ich versuche mich relativ gesund zu ernähren, so einen gewissen Kalorienhaushalt pro Tag einzuhalten und das ist mit einer Packung Chips relativ schwer, deswegen muss man die relativ klein dosieren und dann esse ich mittlerweile fast gar keine Chips mehr. Ja, das lohnt sich einfach nicht. Also, mein, ähm, Sebastian Scholas fragt, also meine Frage ist, wie findest du meinen YouTube-Kanal um meine Videos und kennst du ARK auf dem Handy? ARK auf dem Handy habe ich selber schon gespielt, ähm, finde ich nicht so gut, ähm, einfach mag mir das vom Gameplay nicht. Hier ist Sebastian Scholas, könnt ihr euch ja mal anschauen, ich hab schon mal reingeschaut. Ähm, sind ganz gute Videos dabei, ähm, 16 Abonnenten, relativ neu, ähm, ich sag, schaut auf jeden Fall mal rein, würde ich sagen, Leute, Kanal ist auch der Kanal, den verlinke ich euch mal mit in der Beschreibung. Dann kommen wir zu den Fragen von, war das von dieser Woche die Fragen, oder ist das von dieser Woche die Fragen? Kommen wir mal zu den Fragen von dieser Woche, die sind nämlich hier. Sind nur drei Stück, relativ wenig geworden, ähm, aber da geht auch dementsprechend schneller, schneller, die sind sogar vier Fragen, aber eine haben wir schon, äh, beantwortet, weil Patricia hatte sie auch nochmal gestellt. Äh, Kolkin Meier fragt, welche Kreatur oder Dino gefällt dir im ARK am meisten? Boah, die Frage habe ich auch schon dreimal anders beantwortet, also optisch gesehen mag ich Manners, ich mag Velos, ähm, das sind schon so Manners, also Mannagaren zu damaligen Zeit, wenn sie nicht genervt worden wären, boah, bester Dino ever, ich liebe Mannagaren. Es war mal ein Dino, mit dem es mir echt Spaß gemacht, über die Karte zu fetzen, der sieht geil aus, er hat coole Fähigkeiten gehabt. Ah, gut, es ist kein Dino, es ist eine Kreatur, aber fand ich schon geil. Der Magma zum Beispiel, optisch, super cool. Erinnert mich so, so stark an, ähm, Deathwing aus WoW, gerade der Kopf, finde ich, irgendwie Ähnlichkeiten. Ähm, deswegen ist es schwer zu sagen, also Manners sind schon cool, ich würde einfach Manners behaupten, so, auch wenn sie mittlerweile halt echt totgenervt worden sind. XXKiara2002, was für Dinos wünschst du dir in Ark 2, die es in Teilen 1 nicht gibt? Puh, jetzt muss ich ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, welche Dinos es überhaupt noch gibt, die wir nicht im Spiel hatten. Ich bin da leider nicht mehr so extrem im Dino, ähm, Wissen drinnen im Dino-Universe, so, also klar, die Basics kenne ich, aber die laufen ja auch in Ark rum. Ich meine, der Brachio zum Beispiel wäre noch ganz cool, den gibt es in Ark ja nur über Mods, den würde ich ganz geil finden. Ähm, persönlich gesehen auf Ark 1, äh, auf Ark 2 würde ich mich freuen, dass es vielleicht mehr relevante Fleischfresser gibt. Ähm, nicht nur den Rex im Endeffekt so als High-End-Tier, sondern vielleicht, dass man das so aufbaut, dass man halt, ich sag jetzt mal, fiktiv. Es gibt einen Dungeon, der ist super schwer, da brauchst du einen mittel-kleinen Fleischfresser-Dino, dann gibt es, äh, Boss-Fights, wo man Rexe gar nicht mitnehmen kann, dann musst du andere Dinos mitnehmen, dann gibt es, wo man Rexe braucht, dann gibt es, wisst ihr was ich meine, ich würde gerne so, dass der End-Content von Ark 2 oder der Content von Ark 2 über Dungeons, über Bosse so ausgelegt ist, dass man gezwungen wird, verschiedene Arten Dinos zu spielen. So, das würde mich generell reizen, vielleicht zu sagen, hey, zu diesem Boss kann man nur mit Pflanzenfressern. Wisst ihr was ich meine, so, dass man halt gezwungen wird, mehrere Varianten Dinos zu tamen. Ähm, mehr Wasser-Dungeons, einen Wasser-Boss. Der Wasser-Content kann geil sein, da gibt es super coole Möglichkeiten. Leidergott ist in Ark 1 nicht ausgenutzt, in Ark 2 hoffentlich vielleicht machbar. Ähm, wenn sie ein bisschen mehr in die Fantasy-Variante gehen, würde ich vielleicht auch Hybriden geil finden, sowas wie Bodenflugtiere, Wasser-Bodentiere, Wasserflugtiere, was vielleicht in der Luft fliegen kann, aber auch im Wasser fliegen kann, also im Wasser schwimmen kann zum Beispiel. Die Richtung würde ich mir auf jeden Fall den Content wünschen. Ich hatte mal eine Frage, welche Superkraft hättest du ausgewählt, wenn du könntest von den fünf? Unsichtbarkeit, Fliegen, Teleportation, Kreaturen erschaffen, die dir nichts tun oder auf dich hören oder Eiskräfte? Ich bin ganz ehrlich, ähm, äh, Unsichtbarkeit, ja, ist ganz cool, bringt mir aber, glaube ich, im echten Leben nicht viel. Kreaturen erschaffen, da würde ich wahrscheinlich irgendwo, irgendwo landen, wo Leute immer nur mit mir was erschaffen wollen. Äh, Eiskräfte, zwar ganz cool, aber ich glaube auch nicht so meins. Fliegen oder Teleportation, äh, Fliegen oder Teleportation ist eine Sache. Teleportieren ist zwar geil, so mit dem Motto, so, oh, heute bin ich gestresst, komm ab mal nach, keine Ahnung, Madeira, zack, ab in Madeira und dann chill ich. Fliegen ist natürlich geil, weil du einfach die Welt siehst, ja, also du wirst wahrscheinlich Orte entdecken, die du niemals wüsstest, dass sie existieren, kleine Inseln irgendwo. Ich würde, glaube ich, eher Fliegen benutzen. Dann würde ich mir so ein Son Goku-Offit anziehen, eine Perücke und dann würde es abgehen. Naja, auf jeden Fall, ähm, das wäre die Richtung. Ja, letzte Frage war, wie gesagt, von Patricia, aber die haben wir eben ja schon beantwortet gehabt mit den Servern. Die ganzen Links packt euch alle in die Beschreibung. So, Leute, dann würde ich sagen, das war's im Q&A. Sonst wird es immer wahrscheinlich Donnerstag-Season-Post geben, wo ihr euch mehr Fragen stellen könnt. Wie gesagt, das müssen nicht nur ARC-Fragen sein, das können Fragen zu Destiny, zu New World, zu anderen Games vielleicht, keine Ahnung, was heißt von Far Cry, Diablo. Manche sagen, zocke ich so nicht, aber ich zocke relativ viel. Können auch so Sachen sein, was fändest du besser, so Gegenüberstellung. Also, es ist so extrem viel möglich. Fragt mich einfach. Ein paar Fragen, Leute. Ja, Leute, dann einen schönen Tag noch. Würde mich über ein Abo und ein Like freuen und wir sehen uns. Bis dann, ciao. Ich weiß, das war's, aber bleib beim Start. Zocken wir noch eine Runde Survival-Arc oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Erklären Updates und News, leicht und smart. Haben zu jedem Problem ein Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark. EIN regular pear Satz Moi.